Picks mit. Hier bist du der Star. Und das sind deine neuen Freunde. Carlo, das schüchterne Krokodil. Hops, und schon fliegst du mit der vorlauten Umi. Seh mal, da kommen Eduard, der kluge Elefant, und Leopold, der vergessliche Löwe. Auf den frechen Affen Anton und dich passt die liebe Giraffe Wilma auf. Du kannst als Picks mit Star ins Fernsehen kommen. Schick ein Foto von dir an den Kika. Bis bald!